Ein neues Gesicht Lars Seefeld, Hadi Krüger, entscheidet sich dazu, den Verbrecher zu operieren. Leider läuft dabei aber alles nicht so, wie geplant. Als er ihn dadurch länger als gedacht im Krankenhaus behalten muss, kommt er in Schwierigkeiten und bringt dabei auch Michi, Lars Pape, in Lebensgefahr, wie oben im GZSZ-Vorschau-Video deutlich wird. Fliegen oder bleiben? Tobias, Jan Kittmann, bietet Emily, Anne Menden, an, ihn auf einer Dienstreise nach Singapur zu begleiten. John, Felix von Jascherow, rät seiner Schwester, es zu tun, wohl wissend, dass Emily sich in Tobias verliebt hat. Doch dann macht Emily eine Entdeckung, die sehr gegen einen gemeinsamen Trip mit Tobias spricht. Du hast alles verpasst. Philipp, Jörn Schlöhnfugt, versteht nicht, warum Jessica, Nina Ensmann, so genervt ist. Für ihn war klar, dass er nur von London nach Berlin kommen kann, wenn er auch arbeitet. Und das bedeutet nun mal, abrufbereit zu sein. Schließlich kann er so trotzdem Zeit mit seiner Liebsten verbringen. Jessica sieht das ein wenig anders. Und, dass ihr Freund nicht bemerkt, wie viel Mühe sie sich für ihn gegeben hat, lässt die Stimmung hochkochen. Schon jetzt die neueste GZSZ-Folge auf RTL Plus streamen. Die ganze GZSZ-Folge von Donnerstag, den 17. Oktober könnt ihr bereits jetzt auf RTL Plus streamen. Hier gibt's neue Folgen von, gute Zeiten, schlechte Zeiten, nämlich immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zum Streamen. Hier gibt's neue Folgen von Donnerstag.